Was ist passiert, Annabelle? Oh, du bist ja heiß. Bist du krank geworden? Wein nicht. Dich kriegen wir wieder gesund. Zeig mal deinen Hals. Er ist nicht rot. Jetzt Fieber messen. Hier hast du das Thermometer. Atme ein. Ich lausche mal. Oh, Annabelle hat hohes Fieber. Alles klar. Dich werden wir behandeln. Um Fieber zu lindern, müssen wir ein kaltes Tuch auf die Stirn legen. Mal sehen, ob du eine Ohrenentzündung hast. Du brauchst eine Spritze. Dreh dich um. Das wird sicher nicht wehtun. Dir geht's bald wieder besser. Leg dich ins Bett. Ich mach dir einen Beeren-Saft. Ich habe Sanddorn, Blaubeere und rote Johannesbeere. Die müssen wir zuerst waschen. Und dann in einem Topf kochen. Geht's dir besser, Annabelle? Lass dein Fieber messen. Das ist der Ringer. Das Mittel hat geholfen. Trink jetzt deinen Beeren-Saft. Der wird dir gut tun. Das Fläschchen müssen wir abkühlen. Leg dich jetzt schlafen. Annabelle hat kein Fieber mehr. Sie ist wieder gesund. Wer geht heute Annabelle besuchen? Die Puppe Alive. Annabelle schläft noch. Annabelle schläft noch. Annabelle, steh auf. Du hast Besuch. Sag Hallo. Alive hat im Kinderwagen ihr Lieblingsspielzeug mitgebracht. Aber lass uns zuerst aufs Töpfchen gehen. Alive muss auch mal. Spiel zusammen auf der Couch. Und ich mach euch so lange euer Mittagessen. Liebe. Du hast dich. Du hast dich. Du hast dich. Du hast dich. Ein Leipzig-Artisch Habt ihr Spielzeug getauscht? Du willst das Einhorn? Hier. Setzt euch an den Tisch. Der Brei ist für live. Der ist für Annabelle. Lass ihn dir schmecken. Und jetzt Tee trinken. Lass ihn dir schmecken. 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 Today! Guck! 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 Bis zum nächsten Mal.